Kommen wir in der Musikwerkstatt der Prima Finharmonika. Mein Name ist Henrika und ich zeige euch jetzt ein bisschen, was ein Orchester ist. Wir werden gemeinsam das Orchesterlied singen. Das haben wir für den Extra für euch komponiert, das Musikwerkstatt. Prima Finharmonika, hier spielt die Musik, Prima Finharmonika, macht doch bei uns mit. Wisst ihr denn, dass die Prima Finharmonika, das ist ja so ein ganz schwieriges Wort, was machen die so? Spielen die gemeinsam Fußball? Nein, sie machen Musik. Aha, genau. Bei unserem Sommerformat von Musik mit Pfiff lernen die Kinder folgende Instrumente kennen. Meige, streicht man. Ohr, da bläst man hinein. Tuba, da bläst man auch hinein. Und so klingt es dann. Musik Ja, okay. Die Fertigen, die größten Töne. So, nochmal. Und schreckig. Nochmal, richtig. Musik 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 Vielen Dank.